Musik Vorsicht, Robin. Diese Lupen sehen etwas rutschig aus. Hilfe! Hallo, ich bin Adam West auf dem Fernsehen. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Hilfe! Hallo, ich bin Adam West aus dem Fernsehen. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Ich bin Adam West aus dem Fernsehen. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Ich bin Adam West aus dem Fernsehen. 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 Könntet ihr mir vielleicht helfen? Ich frage mich, ob wir vielleicht lieber Verbrecher aus schicken Wohngegenden verfolgen sollten. Oh! Oh! Robin, wir müssen unsere Arbeit machen, auch wenn du Angst hast. Hey! Wer sagt denn, dass ich Angst habe? Oh! Hast du gar keine Angst? Fledermäuse und Raten haben viel gemein. Du bist gar keine Fledermaus. Du wirst noch lernen, dass deine Emotionen eine Schwäche sind. Beim Kampf gegen das Verbrechen muss man sie beherrschen. Also, ich kann Angst haben und trotzdem verbrechen. Nun. Wo? Oh! 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 Drrrrrrr... Sucht ihr mich? Ah! Oh! Ah! Ah! Liegt es an mir, oder sieht Killer Krog irgendwie größer aus als vorher? Je größer er ist, umso tiefer wird er fallen. Danke! Bei der Vorstellung fühle ich mich direkt viel wohler. Schon wieder Flattermann und der Holzkopf. Ihr kriegt mich nicht. Das werden wir sehen, Kellerkrott. Jetzt abhält ich die Gerechtigkeit. Ja! Dem stimme ich zu! Hey! Zum Glück habe ich hier unten ein paar Freunde. Schnappt sie! Robin, wir brauchen etwas, um ihn auszufallen. Hey, was, um ein Riesenkropotil einzufangen? Ah, herrje! Ich frage dir auf, wenn ich ein Züber! 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 Wir müssen es wohl alle lernen! Hm? Huh? 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 Ha? Huh? Ja? Huh? 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 Ah? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir müssen ihn treffen, wenn er verwundbar ist. Jetzt haben wir dich! Ja, Robin, nicht! Immerhin hatte ich keine Angst. Nein, du warst stolz auf dich. Das ist auch eine Emotion. Bei dem Job lernt man nie aus. Ich hab die Pläne der Kanalisation. Bethlehem und Slavin waren hier. Und ich konnte nicht mal Hallo sagen. Ich dachte, wir hätten einen straffen Zeitplan, Joker. Hey, ich habe uns aus Arkham Asylum befreit. Kann man es mir übel nehmen, dass ich mal die Abendluft genießen möchte? Es stinkt etwas gewaltig. Ich nicht stinkend. Ich glaube, sie meint den Kanal. Ich glaube, sie werden nicht auf ihn verloren. Ich gehe mit dem Schirm. Ich würde es nicht auf ihn sehen. Ich kriege mit dem Schirm. Ich bin ja, ich bin ja. Der Krall ist bei alles. Oh, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Wie wurde es? Wer immer ihr seid, fürchtet euch! Zehnt das vor Furcht! Ich bin Brainiac und bedarf der Macht eurer Ringe! Jettin, wir würden gern helfen, aber daraus wird nichts. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Hoffentlich kommt Green Lantern bald, damit ich meinen Ring benutzen kann. Es ist zwecklos, sich gegen Brainiac zu wehren! Zufriedlichstellend! Auf zum Planeten Erde! Für die letzte noch fehlende Fahrer! Sag, Cyborg, ist dieser Teleporter auch sicher? Total! Er bringt dich im Handumdrehen zum Wachtturm. Warum? Hast du Angst? Nein, aber ich könnte auch mit Hilfe meines Ringes zum Wachtturm fliegen. Wenn du nicht durchgehst, dann werde ich allen sagen, dass Green Lantern Geld ist! Willkommen Green Lantern des Sektors 2814! Hattest du eine gute Reise? Oh ja, klar! Martian Manhunter? Sicher doch! Obwohl! Ich lieber fliege! Die Akte, die Cron gestohlen hat, war eine Karte der Kanalisation. Warum sollte er sowas stehlen? Master Bruce, wie wäre es mit einem Imbiss? Danke, Alfred. Wäre toll, wenn du es mir herbringen könntest. Master Bruce, wir haben oben viele Räumlichkeiten, in denen man komfortabel speisen kann. Hier unten, bitte. Vielen Dank. Wow! Ein UFO fliegt auf die Erde zu! Andererseits, Alfred, essen wir doch lieber im Observatorium. Hm...